Wissenschaftsgeschichte Die besten Biologen der ehemaligen Sowjetunion, dem stalinistischen Vernichtungsapparat aus. So wurde der berühmte Genetiker Vavilov mit der Begründung, er sei ein Anhänger Mendels, zu Tode gebracht. Im Gegensatz zu echter Naturwissenschaft, so scheint es, haben wir es bei den wesentlichen Bestandteilen der darwinschen Evolutionslehre mit einem ideologischen Gebilde zu tun, was dem materialistischen Weltbild und damit dem Atheismus zugeordnet werden kann.